Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Dreams of my Reality wurde wieder Zeit für ein Menschenopfer. Als ich jetzt gehört habe, dass es jetzt wieder um Blut, Gedärme und viel abgefuckten Scheiß geht, da war mir ja eigentlich klar, in diesem Cast gibt es nur wenige Leute, die hier ihren sozialen Abstieg zementieren dürfen. Wir haben beim Tele-Stammtisch nochmal vorweg so ein mega krasse Format namens Movie Cannibals. Da quatschen Wültisch-Werner, Toma, Till und Scheiß-Film Zero, das bin ich übrigens, die ganze Zeit über richtig geilen Kram, der so abseits des Mainstreams und der großen Kino-Leinwände erscheint. Und wenn sich also irgendwer mit kranken Filmen auskennt, dann sind wir drei Biotheken bis Geburt und das eindeutig. Da wir Werner beim redaktionellen Aufflug ins Bumsi-Kinderspielparadies in der Documenta-Stadt Kassel leider bei den Einheimischen als Faustpfand hinterlassen mussten, sind wir jetzt nur noch zu zweit. Aber wir läuten jetzt trotzdem jetzt das neue Zeitalter des Cars Against Humanity ein. Und dazu begrüße ich jetzt den teuflischen, absolut wortakubratisch besthaltiertesten Mann, den ich dazu finden kann natürlich. Nämlich, ich bin extra für ihn heute Morgen aufgestanden und alle an unseren Gefangsgeräten werden natürlich gerne mit ihm einschlafen wollen. Glücklicherweise der one and only Till. Wie geht's? Moin, sehr gut. Ich hab Bock. Sehr gut. Ich hab auch Bock, weil wir sprechen jetzt endlich mal nur über Filme, die jetzt beide überwiegend hoffentlich auch alle Spaß gemacht haben. Ja, überwiegend. Denn es geht ums Fantasy-Filmfest, ne? Überwiegend, ja. Ich weiß ja von zwei, drei Filmen schon, die fandest du nicht so gut. Bei viel sind wir uns einig, bei allem nicht ganz so, aber das werden wir nochmal erläutern. Denn wir haben uns gedacht, ey, jeder kann ja vorm Fantasy-Filmfest darüber sprechen. Danach direkt. Wir haben uns gedacht, komm, wir lassen den Leuten erstmal ein bisschen Pause, damit die vielleicht auch wissen, über was wir reden und hauen das dann mal so acht Tage danach raus. Das ist doch endlich mal eine schlaue Idee von uns gewesen, finde ich. Oder wie wollen wir uns das schön reden? Naja, wir können uns das je nach Stadt, glaube ich, ganz schön reden. Soweit ich weiß, ist es in der letzten Stadt von uns aus gesehen den Freitag vor zwei Tagen den Mittwoch zu Ende gegangen, glaube ich. Ich glaube, da war noch. Ja, mal 25. Ja, ich glaube, da war sogar noch eins. Also sind wir gar nicht so schlecht. Von daher alles gut. Ganz entspannt. Da haben wir nochmal Glück gehabt, Gott sei Dank. Aber die wichtige Frage, wie stehst du, wie stehen wir zum Fantasy-Filmfest eigentlich? Grundsätzlich feiere ich das sehr. Aber das Problem ist, dass ich zur nächsten Stadt zwei Stunden fahre und natürlich auch nicht eine Woche Urlaub nehmen möchte, schrägstrich kann, um das Ding in Hamburg komplett durchzuziehen. Da müsste ich mir noch ein Hotel nehmen, bla bla bla. Ja, ich komme leider nicht so oft hin. Letztes Jahr war ich da, dieses Jahr habe ich es nicht geschafft. Aber wir konnten ja Gott sei Dank trotzdem einiges sehen. Und ich finde es richtig cool. Also grundsätzlich finde ich es richtig cool, vor allem, weil man da meistens Filme sieht, die man danach, so als Autonormalverbraucher gesprochen, eigentlich nicht mehr sehen kann. Und das macht sehr viel Spaß. Und zwischendurch wird man überrascht von richtig, richtig coolen, lustigen, ekligen, super goringen Filmen, die man auch vielleicht nicht ganz auf dem Zettel hatte. Es geht mir leider, genauso wie dir, es ist halt zu weit weg. Wie du schon gesagt hast, man müsste theoretisch ein Hotel nehmen oder halt irgendwo dann da einen Film, wo man dann pennen kann für den Zeitraum. Dann ist es natürlich auch, es startet in der Woche meistens und geht dann überwiegend bis zum Sonntag. Da ist der Montag eigentlich auch schon wieder Käse, bis man zu Hause ist. Und ja, ist halt schade. Also ich habe mir jetzt aber ganz fest vorgenommen, nächstes Jahr, zumindest bei den Nights, die sind ja da nicht ganz so lange immer, das ist ja immer nur ein Wochenende, werde ich mich da irgendwo einquartieren in Hamburg und werde die Stadt wieder unsicher machen. Und im Savoy ist es ja immer, unter Savoy. Okay, aber ich habe da auch immer richtig Lust zu, weil wie du meinst, da sind halt auch Filme, die sieht man da meistens gar nicht, oder die kommen erst drei, vier, wenn man Glück hat, fünf Jahre später, erst nach Deutschland oder man kann sie irgendwo anders erst dann kaufen. Da kann man sie halt gleich erleben, in UV, manchmal auch mit Leuten, die den Film gedreht haben, die daran beteiligt waren oder ein paar Darsteller oder Darstellerinnen. Ach, das wurde uns jedes Mal verwehrt, aber wir hatten ja Glück, wir haben viele Screener bekommen. Es sind insgesamt 33 Filme, die dort gelaufen sind, sogar 34. Es kam noch ein älterer, am Mittwoch fing es an, in Hamburg zumindest. Den haben wir natürlich auch nicht gesehen, aber wir haben ja schon ein paar feine Filmchen rausgesucht. Aber bevor wir zu denen kommen, was wir jetzt auch wirklich gesehen haben, welchen Film von denen, die wir jetzt nicht besprechen, hättest du denn gerne gesehen und warum? Sayara von dem Baskin-Regisseur, dem Türken, der türkische Regisseur. Den hätte ich gerne gesehen, so ein Revenge-Ding, ja. Ich habe einen, den ich leider auch irgendwie verpasst habe, den ich gern gesehen hätte, wäre nämlich Skunk von Köhn Mortier. Und ich weiß nicht, ob du auch kennst, du bist bestimmt noch extra mal den Film von ihm von 2007. Ich habe mich noch nicht herangetraut, tatsächlich, weil von der Stimmung her soll der sehr krass sein. Ich gucke ja immer mit einem Kumpel, versuchen wir uns regelmäßig zu treffen, um so ein, zwei, drei bisschen schrägerer Sachen anzugucken. Und der steht noch auf unserer Liste, den haben wir noch nicht abgearbeitet. Es ist richtig kranke Scheiße, ne? Aber genau aus dem Grund finde ich ihn halt so gut. Der bricht von Sekunde zu Sekunde das nächste Tabu, ist richtig räulig und brutal. Aber ohne so mit dem Finger auf die doch eher assigeren Figuren, die er da darstellt, drauf zu zeigen, macht das richtig hart und gut. Und Skunk wäre jetzt so ein Ding von ihm, da geht es halt um so einen Jungen namens Liam, der wird halt vernachlästigt. Dann geht es natürlich um Alkoholismus, Gewalt, Sex, ne? Die das ganze Leben von ihm dominieren. Und das wird aus seiner Sicht alles gezeigt. Und wenn das auch in diese harte Richtung geht, ist das, glaube ich, nochmal ein Stück schlimmer, wenn jetzt da natürlich auch noch ein Jugendlicher involviert ist. Das hat man beim anderen Film nicht gehabt. Nicht so direkt. Du hattest eine kleine Tochter bei der einen Familie. Das war auch schon ganz schön arg und hart, ne? Weil bei denen auch alles versüfft und dreckig war. Und genau so stelle ich mir das bei dem Film auch vor. Und ich bin da gespannt, aber wie du sagst, muss man vielleicht in Stimmung sein, aber ist dann immer schon was ganz anderes. Das wäre mein Film, den ich auf jeden Fall hoffe, dass er so schnell wie möglich irgendwie mal in meine Finger kommt. Und Sayara hast du recht, daher habe ich auch Bock drauf. Ja, also Barschkin hat mir sehr gut gefallen. Den fand ich ziemlich cool. Aber es gibt ja nicht nur uns beide, die auch schon ein paar Filme vom Fanta Filmfest gesehen haben, sondern es gibt sogar schon ganze Cast bei uns auf dem Tele-Stammtisch. Nämlich einem zu Speak No Evil mit den Kollegen Stu und Rino. Den habe ich jetzt auch schon gesehen. Das ist halt ein Remake vom Original. Ist solide, ist gut. Gut, James McAvoy in der Hauptrolle jetzt als Antagonist. Richtig cool, der spielt sich wieder einen richtigen Wolf ab, das macht Spaß. Das Original finde ich deutlich besser, geht mehr an die Nieren. Und darum muss ich sagen, ich hätte den jetzt nicht gebraucht. Und da wäre ja meine Frage noch, was hältst du von amerikanischen Remakes zu Horrorfilmen? Grundsätzlich, es ist halt, es ist schwierig. Was haben wir denn, haben wir irgendwas Tolles aufgeführt? Haben wir irgendwas Tolles genannt? Ja, The Ring hatten wir. The Ring, Funny Game. Oh ja, stimmt. Es ist halt immer so ein Auf und Ab. The Ring von Verbinski gefällt mir zum Beispiel ziemlich gut. Funny Games habe ich das Remake nicht gesehen. You On wiederum ist okay, aber da ist der Japanische einfach deutlich besser. Es ist, glaube ich, so ein bisschen Überraschungsei, weil grundsätzlich habe ich nichts gegen Remakes. Und wenn man, wenn man sich überlegt, ja, die Fliege und The Thing sind auch Remakes. Aber da liegen ja nochmal zwischen den 50ern und den 80ern ist natürlich nochmal, da ist ja richtig, richtig, richtig viel passiert. Andererseits ist The Blob, das Remake auch cool. Jetzt in der Neuzeit ist es nochmal mehr ein Auf und Ab einfach. Zum Beispiel, es gibt Jacobs Leather. So, davon gibt es ein Remake. Das ist richtige, räudige Kotze. Also wirklich, so getrocknet, seit einer Woche in der Ecke von der Kneipe, niemand hat es weggewischt. So, das ist das Remake. Ganz große Grütze. Also da, die Fallhöhe ist einfach enorm. Gerade bei Horror-Remakes aus den USA. Ja, ich sehe es da ähnlich. Und wenn das dem Film was Neues dazu bringt, bin ich immer gerne dafür bereit. Gerade visuell, wie, ja, die ganzen alten Sachen, das Original, die Fliege. Also das ganz, ganz Original habe ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, es ist auch nichts mehr für meine Sehgewohnheiten. Das soll auch ein bisschen lächerlich aussehen. Das ist halt ein komplett neuer Film der 80er. Und da bin ich auch für visuelle Bereicherung gerne. Aber wenn es, wie gesagt, bei Funny Games, du musst das Remake nicht gucken. Es ist genau der gleiche Film. Es ändern sich zwei, drei Sachen, aber die nichts mit der ganzen Story zu tun haben. Also es wird ein anderes Telefon irgendwie benutzt, weil die Zeit ja ein bisschen vorangeschreitet ist. Sowas brauche ich halt nicht. Da kenne ich den Film schon. Und dass die Amerikaner einfach nur zu faul sind zum Lesen, das ist ja irgendwie deren Problem. Wobei sogar der Film, der war im Original auch auf Englisch gedreht. Das ist also irgendwie doppelt blöde. Aber sei es dahin. Denn wer mehr dazu wissen will, einfach einen Podcast auf dem Telestammtisch reinhören von unseren lieben Kollegen. Oder von mir. Andere Kollegen. Weil ich habe das Original besprochen. Also wenn ihr clever seid, hört ihr euch erstmal von Till das Original an. Und dann guckt ihr, was der liebe Stu und Rino dazu verzapft haben. Und könnt danach Backpfeifen verteilen bei uns im Discord. Ja, immer schön Werbung machen, habe ich jetzt gelernt. Und was auch schon besprochen wurde von unserer lieben Leader und natürlich auch wieder mal Programmchef Stu. The Substance. Und der Hype ist real, ohne Spaß. Ich habe den jetzt auch gesehen. Denn ich kann nur sagen, es ist jetzt meine Nummer 1 des Jahres 2024. Es ist Buddy Horror. Also es hat mich schlussendurch schon ein bisschen wuschig gemacht, muss ich sagen. Die Frau Crawley ist schon sehr, sehr hot. Das Schlimme war leider für mich, ich konnte nicht mehr um OV gucken. Ich habe vorher aber jetzt die ganze Zeit, wurden mir vorgeschlagen, so Interviews von ihr mit Jimmy Fallon. Sehr unterhaltsam, sehr lustig. Da redet sie auch über die Filme, die sie gemacht hat und dass ihre Familie und auch ihre sehr christlich-katholische Nanny, die sie früher hatte, da richtig sagen die, kann ich mir nicht angucken. Weil sie ist eigentlich in allen Filmen, Kinds of Kindness, Drive Away Dolls und jetzt halt in den Filmen, sagen wir mal, ist immer sehr, sehr nackt. Okay. Man sieht alles. Und in den Interviews, in ihrer Originalstimme, ich weiß nicht, ist das so ein Südwest-American-Actcenter? Also, wenn die Stimme, wenn ich die in dem Film gehört hätte, wäre, glaube ich, schwieriger geworden als die andere. Es ist nicht meine Tonlage, ist mir ein bisschen zu schrill. Aber beide Schauspielerinnen, Demi Moore und sie, machen das richtig cool, gehen auch komplett bis an die Grenzen. Du siehst wirklich, wie hieß der denn, Society, es kommt so eine Szene drin vor, alles verschwimmt, viel, viel Blut und Gedärme. Ja, aber du und Lida haben mich darüber unterhalten und da werde ich auch mal reinhören, weil ich bin dazu doch mal auf Lidas Meinung gespannt. Auch überall, wo es per Podcast gibt, aber lass uns mal weiter zu dem Film kommen. Der erste auf meiner Liste ist Kill und da überlasse ich dir kurz mal, um was geht's bei Kill? Kill ist, ganz plump gesagt, The Raid im Zug, aber aus Indien. Und zwar geht es um, er nennt sich Lakshir, ich weiß nicht, wie man es ausspricht richtig. Auf jeden Fall, unser Hauptprotagonist ist eigentlich verliebt in Tanja, also T-A-N-Y-A, keine Tanja, wie wir es kennen. Und sie ist natürlich schon versprochen und sie wurde schon verheiratet und das ist aber alles ganz doof. Und dann sind sie alle in einem Zug und dann wird der Zug aber überfallen und unser Hauptdarsteller versucht natürlich alle zu retten. So, und die Schurken im Zug sind eigentlich nur so ein bisschen auf Geld aus und wollen gar nicht so viele Opfer, wie geplant, wie es dann geschieht, um die Ecke bringen. Ja, aber dann passieren Dinge und die machen unseren Hauptdarsteller ziemlich, ziemlich sauer und er nimmt diesen ganzen Zug komplett auseinander. Und anstatt von unten nach oben geht es halt von vorne nach hinten und von hinten nach vorne, weil es ist halt ein Zug. Ja, das ist Kill. Kill geht eine Stunde 45, also das Ding ist ein Kurzfilm aus Indien quasi. Ja, er bietet zumindest ordentliche Kämpfe. Ja, also Kampfchoreos fand ich auch, ich fand die sehr gut, also wir können jetzt immer Raid dran führen, Raid ist halt die Speerspitze vom Actionkino, ne. Also besser geht es ja eigentlich nicht, mir fällt nichts, nee, gar nichts ein, was besser choreografiert ist als The Raid und was richtig zur Sache geht. Das ist es halt, ne. Aber es sind schon ordentlich. Ja, das ist halt das Problem, dass wenn du, du hast nun mal The Raid 1 und 2 und Kill ist schon von den Choreos cool. Mein Problem ist nur, dass es wurde, weil die Story ist total egal, können wir einfach, kann man gleich abhaken eigentlich, aber es wird zu viel geschnitten. Und da bin ich leider über die letzten, boah, ich sag mal zehn Jahre vielleicht, so mit The Raid 2 sehr pingelig geworden. Ja, und das fällt dann leider natürlich, also Hollywood-Filme sowieso, gerade so, wenn man so in Richtung Marvel guckt, ist das natürlich auffällig, weil da kann niemand kämpfen, das sind alle Stuntleute und dann wird immer geschnitten. Aber hier bei Kill war es mir zu viel dafür, dass es tatsächlich doch so hart und gut choreografiert war, hätte man vielleicht mal fünf Minuten mehr Zeit mit verbringen sollen. Gewalt, cool, übertriebene Kills dabei, richtig cool, aber er war okay, er war cool. Also cool passt eigentlich. Und er, also er kommt bis auf am Anfang komplett ohne Tank. Ja, das stimmt, und ich glaube, das ist auch nur durch die Hochzeit, ne, glaube ich. Ja, ja, genau. Durch die Hochzeit oder Verlobung oder so da waren wir, ja. Ich hatte mir, nachdem wir uns mal unterhalten hatten mit den Schabys, da habe ich es mir auch nochmal angeguckt und ein paar Szenen, ja, stimmt schon, das ist deutlich zu viel und auch zu hart halt dann geschnitten. Und mir ist dann auch noch aufgefallen, dass, wenn CGI vorkommt, das sieht halt wirklich richtig scheiße aus. Ja. Also da dachte ich mir so, ach, nee, komm, lass mal, lass doch mal wieder weg. Also wenn du es nicht schaffst, einen brennenden Kopf cool darzustellen, dann hab halt keinen brennenden Kopf im Drehbuch. So, dann nimm halt irgendwas anderes. Und eins hat mich auch noch leicht gestört, aber es ist irgendwie, nur bei mir so, jetzt ist diese, ich glaube, das ist aber auch so ein indisches Ding oder allgemein irgendwie asiatisch, diese pathosgetränkte Musik im Soundtrack. Ja. Boah, nee, fand ich nicht so geil. Ja, das kann Indien halt sehr gut, ne, das ist halt, ja, damit muss man klarkommen. Aber ansonsten ein komplett solider Actionfilm, der nicht zu lange geht. Man wird keinen, wie du schon gesagt hast, keinen der Schauspielernamen richtig aussprechen können, ich sehe sie auch gerade vor mir. Aber sie machen es alle okay. Man hat da eine okay, es ist wirklich, es klingt so böse, es ist ein okayer Film halt. Der ist nicht schlecht, der ist auch nicht super gut, dazu vielleicht ein, zwei Getränke und ist ein netter Abend. Ja, das denke ich auch. Kann man, also es ist eine Empfehlung mit dem Hinweis, stellt euch nicht auf das nächste Super-Action-Brett ein, sondern einfach auf, auf coole Unterhaltung mit Zug-Action, so das langt. Und das langt, da leite ich gleich mal über zu dem nächsten Film. Für mich hat es da nicht ganz so gelangt, nämlich Hunters on a Wild Field. Fasse ich mal schnell zusammen, es ist auch eigentlich ganz grob erzählt, sind drei Männer, die machen einen ausgedehnten Wochenendausflug in die schwedischen Wälder und dort wollen sie jagen. Da ist einmal Gregor und Henrik, die sind schon ein paar erst erfahrenere Jäger und dann ist da noch Alex dabei, das ist so ein richtiger Anfänger und dem zeigen wir das auch so ein bisschen. Und irgendwie ist dann halt kein Tier mehr da und ja, was macht man dann als Mann, wenn man im Wald ist und so richtig Bock auf Jagd hat? Ja, kein Tier da, dann jagt man sich doch einfach selber, ist doch eine top Idee. Also machst du auch immer so, oder? Wenn du angeln gehst und keine Fische da, dann angelt man sich halt selber. Klassischer Freitagabend. Das ist so ein dummer Film, ohne Spaß, aber ich dachte mir dabei, wir haben ja so ein paar Notizen immer gemacht und bei mir steht jetzt gerade, das ist genau vor den Augen, vielleicht ticken die Schweden ja anders, wer weiß. Ja, das tun sie sowieso, also das ist ja gerade bei Filmen und gerade in Richtung Drama, Thriller oder so, da ticken die ja sowieso anders. Diese düstere nihilistische Stimmung schafft der Film rüberzubringen, aber weil die Atmosphäre halt cool ist und auch schön gefilmt. Aber das ist halt das Einzige und der Rest kommt, der kommt nicht so, der will was Besonderes sein, der Film, aber der schafft dieses gewisse Etwas nicht zu erzeugen. Ich habe die ganze Zeit gewartet, okay, oh, ich bin gespannt, gleich geht's los und gleich der dreht durch oder der dreht durch oder und dann, es passiert einfach nicht. Es passiert einfach nicht. Diese eine kleine Moment, wo du denkst, jetzt kommt was, dann wartet man drauf und da ist man wirklich ein bisschen gespannt und dann kommt wieder was komplett Dummes und denkt sich, hm, ja. Ich finde auch die ganzen Landschaftsaufnahmen, alles super schön, das ist eine richtig coole Ecke. Es ist auch ein bisschen bedrohlich, ne, weil man den einen, der jetzt schon die ganze Zeit da ist, den kann man nicht so ganz einschätzen erst. Der wird dann aber auch komischerweise irgendwie ein bisschen nett manchmal. Aber ich frage mich, es gibt Szenen, der eine wichst, während der andere schläft. Warum? Also das sind jetzt erwachsene, drei erwachsene Männer, die da im Wald sind. Die haben ja schon die dumme Idee, dass sie auch mal selbst jagen. Aber warum spielt der an sich rum, während der andere im anderen Bett schläft? Das verstehe ich ja gar nicht. Der Film wirkt, als hätte der Regisseur gerne einen Film gemacht, der ist wie Robert Eggers Filme inszeniert, gerade in Richtung The Lighthouse. Aber irgendwie hat er es halt überhaupt nicht geschafft, so seine eigene Handschrift zu finden oder halt sich an Eggers zu orientieren. Keine Ahnung, das wirkt wie so ein Eggers Fehlschlag. Wie so Eggers, der auf irgendwelchen Drogen und total betrunken gedacht hat, komm, wir schreiben mal was in zehn Minuten zusammen. Vergessen aber dabei, dass es auch noch Leute sehen wollen, die nicht wissen, was ich mir dabei im Kopf gedacht habe. Weil irgendwie fehlt halt was die ganze Zeit im Film. Irgendwas fehlt, ich weiß auch nicht. Vor allem, die sind ja am Wochenende weg, weil Lighthouse ist ja wirklich eine lange Zeitspanne, wo ich mir denke, ja okay, ja, da kann viel, viel abgefuckter Scheiß passieren. Aber in drei Tagen oder eigentlich zwei Tagen, ich weiß es nicht. Und die nehmen ja auch nicht irgendwelche harten Drogen oder so. Irgendwas fehlt da so ganz. Also ich habe irgendwie auch lange überlegt, also ich war schon sehr oft auch sehr, sehr betrunken und hatte verdammt, verdammt dumme Ideen. Aber irgendwie die drei Flöten da, ey, die schießen den Vogel ab und also es ist ganz komisch. Sitzeln wir gleich weiter, wir haben heute nämlich pickepacke volles Programm. Ich habe mir noch Ezra El angeguckt mit der lieben Samara Weaving und dann geht es in einer postapokalyptischen Welt eigentlich darum, dass Samara Weaving leidet die ganze Zeit und gefangen wird, sich befreit, gefangen wird, sich wieder befreit. Da laufen so ein paar Abgebrannte rum, die aussehen, ob sie beim Osterfeuer statt drumherum im Feuer standen die ganze Zeit. Es wird kein Wort gewechselt, was sehr angenehm auch mal ist. Es kommt keine dumme Erklärung, was los ist. Was auch leicht das Problem des Films ist, weil irgendwie das ganze Worldbuilding erklärt sich immer nicht alles nur durch die Bilder. Da hätte er vielleicht doch schon mal drei, vier Sitze gebraucht, um zu wissen, was da jetzt los ist. Weil da kann man sich reininterpretieren, was man will. Es ist sehr blutig, es geht ordentlich gory ab. Es ist noch so eine Sekte mit einer schwangeren Frau am Start. Also es ist ein Film, der geht hart zur Sache, zeigt Samara Weaving wieder als richtig badass Bitch vor dem Herrn, die so richtig hart durchgreift und auch killt ohne Ende. Auch nicht ganz so sanft überwiegend. Also Köpfe fallen ab, Leute werden aufgefressen. Es ist halt ein schönes Fest. Also auf jeden Fall ganz harte Empfehlung von mir. Wer auf so richtig schön schrotzige Sache mit viel Blut steht und vor allem Samara Weaving wieder ordentlich am Killen sehen will, sollte sich das Ding auf jeden Fall geben. Ist ein richtig schönes Brett. Ja, ich habe auch Bock drauf. Den habe ich nicht geschafft. Aber generell Horror, Samara Weaving. Was heißt also nicht nur Horror, sondern auch einfach groteske, schräge Filme. Da bin ich eigentlich mit dabei. Ready or not ist super. Und ich mag, ich persönlich mag beide Babysitter-Filme. Einmal The Babysitter und The Babysitter Killer Queen von McG. Ja, McG kann nicht so viel, aber das ist mein kleiner Softspot, die beiden Filme. Oder ganz akimbo Mayhem auch. Mayhem macht richtig Spaß. Ja, und ich freue mich auch auf Radio Not 2. Da ist sie ja wieder mit dabei. Und S.R.E.L. werde ich nachholen, sobald es geht. Der sollte relativ schnell zu uns rüberkommen. Ich glaube, das ist auch ein Film. Weder die sind clever und bringen ihn halt Oktober wegen Halloween und so noch irgendwie ins Kino. Kurzzeitig für ein, zwei Wochen. Weil der passt in diese Zeit schon gut rein. Oder auf dem Streaming-Dienst schnappt sich den jetzt halt auch für ein Oktober. Also der wird auf jeden Fall angeschaut. Der sollte dann aber auch genauso gezeigt werden, wie er ist. Also ich glaube, wenn der groß geschnitten wird, dann fehlt da ein bisschen was. Weil es sind schon viele blutige Situationen, die sollte man auch so zeigen. Ja. Leider erklärt sich nicht alles von der Welt. Das ist wirklich der einzige Fehler in dem Film. Der auch ein bisschen störend dann ist. Aber jetzt kommen wir zum Film, den wir beide wieder geguckt. Parvulus. Oder Parvulus. Wahrscheinlich Parvulus. Es ist ja Spannis. Spannis. Ja, dann erzähl uns doch mal, was uns da so erwartet. Wir befinden uns in einer Postapokalypse. So wird es uns gezeigt. Und es geht um drei junge Brüder. Bzw. Es ist ein erwachsener Bruder und zwei jüngere. Der Erwachsene sorgt für seine beiden Brüder und sich. Die leben in einer Hütte, in einem Haus mitten im Wald. Und müssen irgendwie überleben. Also man sieht wirklich, dass die essen alles. Und mir wird nicht mehr schnell schlecht. Aber wenn man sieht, wie sich so ein Typ ein Regenwurmsmoothie reinballert, das ist schon richtig ekelhaft. Und als Special des Tages gab es ganz am Anfang, gibt es dann einen leckeren Hund. Also die nehmen da keine Gefangenen, was das Essen angeht. Aber es geht natürlich nicht ohne dunkles Geheimnis. Von dem wissen nur die älteren Brüder, die beiden älteren. Denn, wie viel sage ich jetzt? Stand das in der Inhaltsangabe? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist im Keller ein düsteres Geheimnis. Ich sag mal so, es ist eine Zombie-Apokalypse. So, Punkt. Das ist das, was man weiß. Aber im Keller sind vielleicht noch ein paar Wesen, die allen doch ein bisschen bekannter sind. Und das ist im Entblick der Film. Das ist eine Mischung aus Familiendrama und Horror mit ein bisschen Survival. Und der hat mich überrascht. Mich auch definitiv. Also ich fand auch, es sind ja alles junge Darsteller, teilweise auch irgendwie erster Film. Die waren alle gut. Also da hat keiner, man hat es ja oft so bei Kinderdarstellern, dass man denkt, oh ja, nee, ist jetzt nicht so cool. Warte mal lieber noch zwei, drei Jahre, ob du da wirklich Bock hast zu Schauspielern. Aber die waren alle anständig. Gerade bei so Horrorsachen ist das ja auch immer schwer. Humor war gut. Also ich musste auch oft grinsen bzw. lachen. Der hat gute Härte. Der bringt alles so richtig gut zusammen. Mich hat gestört der Filter über dem Film. Es war alles so, es passt zu der Apokalypse, aber es war mir dann doch zu gut. Ja, es war ein ganz, also mir hat der, im Gegensatz zu dir, hat der Filter mir irgendwie ganz gut gefallen. Der war quasi schwarz-weiß, aber hatte doch Farbe mit drin. Also es war ein ganz schräger Filter. Aber ja, ich kann das absolut verstehen, wenn das, wenn einen das stört. Das war schon sehr anders. Apropos sehr anders, weil man kann Zombie-Film so machen wie Pavolos, nämlich gut, unterhaltsam und hart. Oder halt so wie der andere Film mit Zombies, Handlingser und Dead. Da haben wir drei Familien, drei verschiedene Ereignisse. Einmal geht es um eine Mutter, die nach dem Autounfall zurückkommt. Dann eine ältere Frau kommt zurück zu ihrer Liebsten. Und dann buddelt ein Großvater sein Enkelkind aus. Ja, und das sind so die drei Zombie-Stories, mal in Klammern gesetzt. Und das ist ja mal, also, nee, das ist nichts. Das ist Slow-Burn-Hardcore. Also es passiert nichts. Also es sind eigentlich Dramen für sich, dass die jetzt Zombies sind. Dachte ich, ist so ein kleiner Twist, der cool rüberkommt. Aber damit wird nicht wirklich was gemacht. Ich kann schon mal, bevor ich ein paar Punkte nenne, dazu hinkommen, dass der mich auf Null gehuckt hat. Also ich habe mir nur gedacht, was für ein Scheiß. Wie geht es dir? Ich bin eingeschlafen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, sage ich was zu dem Film? Oder sage ich einfach, ich habe ihn gar nicht geguckt? Aber ich bin eingepennt. Den habe ich dann nicht mehr geschafft nachzuholen. Es ist dann nicht so schlimm, wenn man einpennt. Eigentlich könnte man den ja nochmal anschmeißen am nächsten Tag. Aber es klingt so, als wäre Pavulos der bessere Zombie-Film. Vor allem, weil der auch zwischen den Zombieszenen halt auch wirklich, nee, nicht Spaß macht, aber einen bei Stange hält. Weil das halt wirklich ein Überlebenskampf ist. Und ein familiärer Konflikt, der da immer wieder entfacht wird und entsteht. Und deswegen, Handling the Undead, überlasse ich dir. Ich, wie gesagt, meine müden Augen haben sich verabschiedet. Deine Augen haben dir einen Gefallen getan, kann ich schon mal vorweg nehmen. Obwohl, für die Augen war der jetzt nicht ganz so verkehrt, weil ich fand, den Look, wie der aussah, war auch cool, war okay. Das ist ja immer ein bisschen so bei den nordischen Filmen, die haben ja ein bisschen so diesen Look wie dort. Der Soundtrack war auch so leicht brodelnd bedrohlich, das fand ich auch noch gut. Ja, jetzt kommt es dazu, das ist so ein bisschen, wenn dieser Friedhof aus Friedhof der Kuscheltiere in so einer norwegischen Kleinstadt gelandet ist. Dann aber nur partiell für ein paar Leute und wirklich ganz, ganz langsam alles. Und hey, da ist eine Darstellerin, die haben wir schon gehabt oder haben wir nochmal, die haben wir auf jeden Fall in noch irgendeinem Film. Hier, oder ich habe die irgendwo gesehen, hier Renate Reinswe. Und die ist nicht schlecht, ich finde die so gut, aber die Regie und das Drehbuch lassen die arme Frau komplett im Stich, weil die kriegt ja auch nichts zu tun. Und ich glaube, er hat sich überhoben mit drei Handlungssträngen. Hätte er sich vielleicht auch nur auf das Kind gelassen, weil das ist, glaube ich, immer noch, da kannst du Eltern gut schnell mit ins Boot holen. Da holen die, er hat verstorbenes Kind, da ist schon mal die Trauer von der Mutter und so. Da hast du schnell die Leute dabei. Aber dann noch ein anderes Thema, das, nee, der macht zu viel und hat da zu wenig Fleisch irgendwie an den Knochen. Du geborenest mit keiner einzigen von den Figuren, also war richtig schwer. Und er ist halt vorhäser, sehr, bläh, vorsehbar, ist fuck, ne, so wie das Wetter vom Vortag. Das ist so dumm. Oh, das tut mir so leicht bei so einem Film, weil ich hatte von dem, vom Trailer dachte ich anfangs so, boah, das wird ein geiler Film, da habe ich richtig Bock, ne. Wo da schon so eine, auch ein Poster, eine Mutter mit ihrem Kind ist und man eigentlich schmeißt, das Kind ist ja tot. Und die Darstellerin ist noch bei A Different Man dabei. Das ist die. Und da zeigt sie auch, was sie schauspielerisch kann, kommen wir nachher zu. Aber hier, ja Leute, Zombie-Film, Pavolos vom Fantasy Filmfest. Apropos Zombies, welches sind deine bevorzugten Zombies? Es gibt ja ganz viele. Es gibt welche aus Viruserkrankungen, Untote, schnelle, langsame, Kinder, große, kleine, dicke, dünne. Was sind deine lieblende Zombies? Ich finde tatsächlich schnelle Zombies geiler. Die haben irgendwie, die sind bedrohlicher und gefährlicher nochmal. Also wie sie entstehen, ist mir eigentlich ziemlich egal. Das ist, also mir ist mir völlig egal. Und langsam sind sie ja auch mal cool. Weiß gar nicht, welcher mein erster Zombie-Film war. Ja, aber so zum Beispiel The Fog, das sind jetzt nicht direkt Zombies. Aber sowas finde ich halt auch cool, dass die mit einem Ereignis einfach erscheinen und dann wieder abhauen. Und dann können sie aber quasi überall auftauchen. Und langsame Zombies, da muss man halt, die muss man halt geil inszenieren. Weil langsam ist halt langsam und dann kannst du halt auch einfach weglaufen. Aber schnelle Zombies finde ich schon cool. So das Remake von Dawn of the Dead und 28 Days Later, das finde ich schon cooler. I Am Legend, die sind auch verdammt. Ja, 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 genau. Absolut. Ich finde die auch, also die schnell finde ich bedrohlicher. Bei den langsamen ist, wie du sagst, das Setting, wenn du da in so einem Haus bist und da ist diese Übermacht an Zombies, finde ich das ganz cool. Weil dann ist egal, ob die schnell oder langsam sind, du bist ja eigentlich in der Falle. Da ist ja nur, dass die einfach nur gegen gehen ohne Ende, egal ob sie sich selber leben. Ja, Night of the Living Dead, ganz klassisch eigentlich. Das funktioniert auch, wenn die dann, und selbst für so einen alten Film, funktioniert das immer noch ganz gut so. Die sind halt in der Hütte und wissen, egal wo ich hingehe, irgendwo sind immer Zombies, dann brechen die Zombies ein. Oder wenn die Bedrohung dann von innen kommt, dass jemand infiziert ist und so. Also wenn man nicht viel Platz hat, dann sind langsame Zombies cool, in beengteren Räumen, definitiv, ja. Dann gebe ich aber die Frage gerne nochmal an unsere Zuhörer weiter. Welches ist euer lieblings Zombiefilm? Es ist bald Oktober, ich brauche noch einige Horrorfilme, die ich gucken will. Und vielleicht hat ja irgendwer, ich glaube nicht ganz dran, irgendeinen Zombiefilm, den ich noch nicht gesehen habe. Und der mir den Oktober etwas verkürzt. Gerne, wenn du bei uns in den Discord reinkommst, kannst du da in irgendeine Gruppe schreiben. Bei Insta, überall, wo es Likes gibt natürlich. Bei uns direkt hier drunter unter den Cast. Schreib einfach rein, welchen geilen Zombiefilm man sich angucken sollte. Damit ihr auch mal ein bisschen was zu tun habt jetzt hier. Bevor ich noch weiter Shit rede, überleid um Gott heute, kommen wir zu Scared Shitless. Knaller. Der war gut, ich sag's dir. Der war noch nicht mal vorgeschrieben. Und ja, um was geht's bei der Scheiße, Till? Ganz einfach. Es geht um, jeder kennt es, ein blutdürstiges Toilettenmonster. Und zwar geht's um Klempner und seinen Sohn. Der Sohn ist richtig, richtig, hat eine Keimphobie. Der wischt sich andauernd die Hände, findet alles eklig, hat Angst bei allem, was er anfasst, krank zu werden. Und ja, sein Vater denkt sich, fuck it. Wir machen jetzt hier Bewältigungstherapie, indem ich meinen Sohn jetzt in meine Firma aufnehme. Und wir machen Rohre frei. Und wir sind beide Klempner. Und dann werden sie in so ein Hotel gerufen, in dem halt einfach tatsächlich ganz plump ein Toilettenmonster ist. Das die Leute auffrisst, wenn sie auf dem Pott sitzen. Und das Ganze ist Horror, ja, aber ganz klar auch komödiantisch und übertrieben gewollt dargestellt. Geht 76 Minuten und macht einfach, ist einfach kurzverleger Spaß. Das ist so ein Ding, der geht gut durch. Das ist Unterhaltung pur, der nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, der geht straight durch. Und wer bei dem Film nicht irgendwie einen Schmunzeln wenigstens hat, der hat Comedy auch nicht verstanden. Ganz einfach. Ganz genau. Und wir haben, so sieht's doch aus. Und das ist natürlich von einem guten Albekannten von Stephen Kosteinske. Psycho Gorman, The Void, hab ich gerade wieder irgendwo in einem anderen Podcast groß angepriesen. Ja, beide super. Weil ich mir den angeguckt hatte. Und der Mann steht ja geradezu für praktische Effekte. Und das sieht man in dem Film ja auch wieder grandios. Also es ist ein Spaß. Also jeder praktische Effekt im Film hat schon mal drei Punkte mehr, als wenn da ein CGI-Monster rumläuft. Das kann noch gut sein. Definitiv. Und er schafft das ja auch noch immer gut einzufangen, denn dann ist halt mal ein bisschen dunkler das Bild. Dann sieht man nicht ganz alles, weil es wahrscheinlich doch ein bisschen campy aussehen würde, sonst bringt gute Stimmung rüber. Und der Film ist halt genau wie ich beim Podcast auch wie mit einem lauter Schrottige-Joke. Der Film ist kurzweilig, geht schnell weg. Also kann man auch an jedem lustigen Abend mit allmöglichen Leuten sich angucken, weil er geht ja auch nicht, also er ist nicht zu guri, würde ich sagen. Nö, ist er tatsächlich nicht. Also es ist nicht so, er hat zwar auch seine Blut- und Ekel-Szenen, aber das geht dann eher so Richtung ein bisschen Toilette. Das ist auch ein lustiges Ding und Horror-Comedy allgemein. Aber warum findest du denn genau wie ich? Sind praktische Effekte besser als, einfach als alles? Weil sie besser altern vor allem. Man braucht nicht mal ein gutes Auge dafür, finde ich, sondern es ist einfach authentischer. Einmal, weil man meistens sieht, dass die Schauspieler damit besser agieren können. Dann sieht es einfach, es sieht einfach echter aus, weil die Effekte, andersrum, Horrorfilme sind oft nicht teuer produziert. Und CGI, gutes CGI kostet nun mal Geld. Und das ist der Grund, weshalb das halt oft so crappy aussieht. Und wenn man sich, da sind wir wieder bei, in den 80ern, wenn man The Thing und die Fliege sich anguckt, die sind einfach immer noch top-notch. Die Effekte sind aller, aller höchstes Niveau. Und das, wenn wir rechnen, kann keiner am Kopf rechnen, warte mal, 40 Jahre später. Das ist einfach, das ist einfach krass. Und das macht es halt so gut. Wenn man sich jetzt zum Beispiel, ach, was haben wir denn? Die Mumie. So aus Ende der 90er. Und im zweiten Teil auch, die CGI-Effekte sehen scheiße aus. Oder guck dir Harry Potter an, die CGI-Effekte sehen scheiße aus. Das ist, das ist einfach leider so. Und gerade in den 90ern, wo mit Ausnahmen CGI auf so einem Hoch war, weil gerade gesehen wurde, oh, wir können das ganz günstig einfach am Computer machen. Und keiner merkt das. Ja, ist halt Bullshit so. Es ist nicht alles ein Avatar 2, wo man eigentlich keinen Unterschied sieht. Sondern auch heutzutage, selbst Planet der Affen, der, also von den drei Remakes, von der Trilogie, der erste Teil. Mittlerweile ist für mich ganz, ganz, ganz eindeutig, ja, die Affen, gerade Caesar, das CGI, sieht man. Aber als er im Kino war, war das top-notch CGI. Und da hat das Hirn sich noch nicht an das gute CGI, was jetzt da ist, gewöhnt. Und also das ist halt einfach so, dass das Gehirn mitlernt. Und das ist beim, wenn etwas echtes ist, etwas echter, kann das Gehirn nicht sagen, nee, das sieht aber nicht echt aus. Es ist halt auch, es sind schlechte praktische Effekte. Aber sowas wie bei Freitag der 13. Teil 1, wo man einfach sieht, dass Kevin Bacon seinen Kopf durch Latex gesteckt hat. Das sieht man einfach, selbst auf der DVD. Aber das macht mir immer noch mehr Spaß als CGI. Wo ich weiß, das sieht entweder jetzt schon oder in fünf Jahren Kacke aus. Oder die ganzen Giallo. Also die haben auch manchmal richtige, wirklich auch schlechte praktische Effekte. Wenn zum Beispiel Spinnen übers Gesicht krabbeln und man sieht einfach, das sind fucking Spielzeugspinnen. So, die schiebt jemand übers Gesicht, die Beine bewegen sich nicht mal. Aber das ist mir immer noch lieber, weil ich weiß, das ist echt. Ich auch. Es gibt ja auch in ganz vielen Filmen, wenn auch in älteren, ich glaube auch alles so um die 80er rum, wenn auch im Kopf weggeschossen wird, sieht man da auch ganz oft, dass dann halt einfach Plastik, Attrappa dahingestellt würde. Aber es finde ich immer noch deutlich besser, weil du ja trotzdem das Ding auseinanderfetzen siehst. Und bei CGI, wenn es schlecht ist, sieht es nicht nur Kacke aus, es sieht auch noch unecht aus. Es macht deutlich mehr Spaß. Aber als Vergleich, den du hattest, ich sehe es halt bei Videospielen ganz klar so. Früher haben wir gedacht, ey, boah geil, was war das, GTA 3? Boah, wie realistisch das ist, wie echt das aussieht. Wenn du das heute spielst, denkst du dir, naja, okay, lass mal stecken. Oder alle FIFA-Teile, früher dachte man, boah, das sieht ja schon richtig echt aus. Und dann guckst du dir die Spiele heute an. Das ist so, die Entwicklung ist einfach viel zu schnell, dass man das dann nicht bemerkt. Das ist wirklich krass. Also wirklich, das Auge ist ja Half-Life 2 und Crysis. Das waren, oder und Doom 3. Das waren so die drei in meiner Jugend. Und das war die krasseste Grafik, die ich mir je halb ab vorstellen können. Und jetzt habe ich tatsächlich nochmal Half-Life 2 irgendwann, ich bin immer so reingespielt. Klar sieht das noch cool aus, aber die realistischen Gesichtszüge weg. Das überkrasse Wasser, ja, juckt mich nicht mehr. Also das ist, ja, das Gehirn ist halt einfach zu schlau für Computereffekte. Dass ich so ein Kompliment mal von dir kriege. Ja, das ist so. Ja, ey, zum Glück, zum Glück. Aber ey, ich bin auch dafür, mehr praktische Effekte überlebt du eigentlich deutlich länger. Aber kommen wir mal zu etwas komplett anderem. Denn ich habe A Different Man angeschaut. Und in A Different Man von Aaron Schimberg wird uns die Geschichte von Edward erzählt. Der ist ein Schauspieler. Da sollte man dazu sagen, der ist natürlich auch Hochbesetzte mit Sebastian Stan. Und der hat halt, das habe ich mir zum Glück aufgeschrieben, eine Neurofibromatose. Sprich, der ist an so einer Gesichtsdeformation erkrankt. Und wird deswegen natürlich öfter auch verspottet und isoliert. Und möchte sich das dann, oder wird dann alles von ihm wegoperiert durch eine Rekonstruktion. Und dann sieht er halt aus wie Sebastian Stan. Also okay, gut aussehender Dude. Und lernt er bei seiner Nachbarin dann aber auch kennen. Und die ist halt Schriftstellerin, gespielt von unserer Freundin, die wir vorhin schon gesagt haben, Renate Reinswe. Reinswe spielt dort Ingrid und die gibt ihm dann auch die Rolle, weil sie so eine Geschichte geschrieben hat über ihren Nachbarn eigentlich. Weil die haben da auch schon so einen Annäherungsversuch ein bisschen gehabt. Sie halt, bevor er die Rekonstruktion hatte von seinem Gesicht, da aber zurückgewichen ist, wahrscheinlich, weil sie das nicht so hübsch fand. Ich weiß es nicht. Und später kommt halt eine Person, die genauso aussieht wie er vorher, von Edward Pearson gespielt. Und der hat halt wirklich diese Neurofibromatose. Der hat auch schon ein paar andere Filme vorher gemacht. Und der sieht halt wirklich so aus. Also der läuft damit die ganze Zeit rum. Und dadurch ist die Figur von Edward irgendwie erstmal, glaube ich, irritiert. Weil der einfach bei allen gut ankommt. Der ist verheiratet oder war verheiratet, hat ein Kind, hat ein gutes Leben. Macht alles, was er früher aber nicht gemacht hat, als er noch so aussah. Oder sich, ja, geschämt hat oder die Leute ihn halt auch nicht gelassen haben. Und da entspinnt sich dann so eine richtig coole Story. Und das ist einfach ein richtig gut gespielter Schauspielerfilm. Und noch vor allem ein deepes Thema, wo es natürlich um Aussehen geht. Wie verhalten sich die Leute, ne? Es hat viel schwarzen Humor. Und ich muss sagen, das ist auch schon wieder, also diesmal Fantasy Filmfest hat einige Bretter dabei. Und das, muss ich sagen, ist auch ein Brett. Also den kann man definitiv machen. Ja, auf den habe ich auch richtig Bock. Den werde ich mir auch noch angucken. Vor allem weil Sebastian Stan auch einfach richtig cool ist. Also dem gucke ich einfach richtig gerne zu. Entweder ist er einfach ein cooler Typ im MCU und in Winter Soldier feiere ich einfach. Oder er ist völlig, hat teilweise wirklich abstruse Rollen. Er hatte ja auch wirklich eine herausfordernde Rolle in der Tom und Pam oder Tommy und Pam in der Serie. Das war wirklich krass, was er da teilweise abgeliefert hat und gezeigt hat. Und das mag ich, wenn man wirklich facettenreich sich aufstellt. Also ich habe Tommy oder Pam und Tommy, habe ich halt wirklich nicht gesehen, aber Flash hat er ja auch noch gemacht in diesem Film. Auch auf Disney Plus, ja doch, auf Disney Plus. Und so die anderen Sachen. Aber ich muss sagen, das ist für mich bisher die schauspielerisch beste Leistung, die er gemacht hat. Also da dachte ich so, oh Respekt, schon geil. Du hast ja dieses Gesellschaftsdrama, alles sehr schwarz-moorig natürlich. Alle drei Hauptdarsteller, sie und die beiden Typen, die liefern richtig ab. Also ich hätte das bei dem Herrn, der wirklich diese Krankheit, hätte ich das nicht erwartet. Da hätte ich auch gesagt, vielleicht bin ich da auch zu oberflächlich, gucke mir das an. Aber die Rolle, die bringt er so cool rüber. Das ist ja auch teilweise, das fällt dir dann gar nicht mehr so richtig auf, wenn du nicht hinguckst. Dann ist er einfach ein Schauspieler, der seine Rolle spielt. Weil der gerade in diesem Theaterstück halt auch eine Rolle spielen soll. Und dann denkst du halt, das ist der andere Typ jetzt irgendwie. Das haben sie schon ganz stark gemacht. Und wirft natürlich, also ich hatte danach bestimmt zwei, ja drei Tage waren es nicht, aber zwei Tage wirkt mir so im Kopf diese ganzen Fragen mit, ja sollte man den Schauspielern die Rolle geben, die dafür in Klammern geboren sind. Sprich, wenn einer kleinwüchsig ist, sollte der nur die Rolle spielen. Wenn einer halt zwei Meter ist, kann der nur die großen Basketballer spielen. Oder kommt es dann auch immer auf dieses Talent an, die ein Schauspieler reinbringt, dass er die Rolle macht. Dann haben es Normen, schöne Menschen schwerer oder leichter im Leben. Weil das wirft halt so viele Dinge auf. Und ich hoffe, dass der noch im Kino kommt. Und natürlich, wo, wenn nicht bei uns beim Pele Stammtisch, wird da nochmal eine richtig lange Besprechung zugemacht. Weil das wirklich so, der geht hart zur Sache in diesen Themen auch. Und lässt da auch genug Freiraum, um die selber im Kopf sich abspielen zu lassen. Und er hat natürlich klare Beispiele an die Schöne, das Biest, hier der Elefantenmensch, Eraserhead und sowas. Da lehnt er sich schon ganz, ganz weit mit an, der Regisseur. Aber auf jeden Fall sehr gelungen. Das Einzige, wo ich auch sagen muss, Abzug für mich, sind die Body-Horror-Elemente, die kurz drin vorkommen. Da kenne ich deutlich schlotzigere Hautablösungen, wo sich das Gesicht so ein bisschen ablöst. Da hätten sie noch ein bisschen mehr reingehen können. Aber vom Schauspiel, von der Geschichte, Story, alles, auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Sehr schön. Things May Be Different war ein weiterer Film. Der hat was, was ich jetzt auch gerne hätte, bevor ich die anderen treffe, wo ich mich verstecken kann. Aber worum geht's? Ja, das ist der Film, wo sich... Glaube ich, so ein bisschen die Geister ganz klar scheiden. Es geht um ein Geschwisterpaar. Und man weiß, sie haben einen Raubüberfall begangen. Und um dem zu entkommen, verstecken die beiden sich in einem abgelegenen Bauernhaus. Aber das, was der Film anders macht, ist, es ist ein Zeitreisefilm. Das macht der Film von Anfang an klar. Denn sie gehen in diesem Haus, in einen Raum, sagen ein paar komische Worte. Und dann sind sie in der Vergangenheit, vielleicht auch in der Zukunft, man weiß es nicht, aber sehr wahrscheinlich in der Vergangenheit. Das Ende lässt darauf schließen. Und dann wird der Film, ja, ein bisschen komisch. Also einerseits haben sie Gegenstände in diesem Haus, das sie kommunizieren lässt mit der Vergangenheit oder der Zukunft über ein Band, über ein Tape, über ein Aufnahmetape. Und dann ist es eher so eine, ja, die entfremdeten Geschwister versuchen sich näher zu kommen, kommen sich näher, finden wieder zueinander. Die haben natürlich alle ihre Schicksale, die man mehr oder weniger erfährt. Und dann kommen noch Personen und es geschehen Dinge, die man nicht so richtig erklären kann, auch bis zum Ende hin nicht. Ja, und dann fällt es mir schon schwer, das zu erklären, was man dann noch so sieht. Weil es ist teilweise sehr kryptisch. Entweder muss man richtig doll aufpassen oder man muss selber ganz, ganz viel reininterpretieren. Der lässt vieles offen. Und vielen hat der nicht gefallen. Mir hat der gefallen so. Also ich fand ihn ganz gut. Ich fand ihn nicht richtig gut, aber irgendwie fand ich das interessant, was da passiert. Kann ich mich anschließen. Ich fand ihn auch sehr interessant. Und vor allem, man bleibt halt immer dran, weil man wissen will, was passiert oder was ist da los. Ich fand halt dieses, ja, so ein Zeitparadoxon, das fand ich ganz interessant, weil es mal ein bisschen wieder was anderes war, also so, wie ich es gemacht habe. Aber irgendwie waren mir da auch dann so ein paar kleine Logiklöcher, aber von den eigenen Regeln, wo ich dachte, wieso, warum passiert denn am Ende jetzt das? Und hä? Also es gibt eigentlich einen Eingang, das ist diese Tür. Und das war für mich die fixe Regel. Und irgendwie, weil beim Ende war ich einfach nur so, okay, warum, wieso? Aber ich war auch sehr erfreut über die Hauptdarstellerin, weil die hatte ich schon mal in Christmas, Bloody Christmas gesehen. Ja, 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 ja. Und da flucht sie die ganze Zeit rum. In dem Film kommt auch mal ein Satz von ihr, wo sie nicht flucht. Fand ich mal ganz nett, mal eine Abwechslung. Ja, Schauspiel war auch solide von beiden. Also der Film macht da auch keine verkehrten Sachen, ist aber sehr, ja, verwirrend halt irgendwie am Ende. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss halt wirklich irgendwie Geschmackssachen, muss jeder für sich selber, glaube ich, wissen. Ja, vielleicht fünf Minuten länger, vielleicht da doch, ich mag immer Erklärungen, nicht gerne bei Filmen, aber vielleicht eine Erklärung mehr, damit ich nicht ganz so dumm am Ende stehe und mir denke, was war das denn jetzt? Weil zum Beispiel, wie heißt der Zeitreise? Primer. Oh ja, ja, genau an den habe ich gedacht. Aber der erklärt, also der zeigt zwar auch, guck mal, du bist richtig dumm, weil eigentlich verstehst du nichts, aber der versucht ja wenigstens das zu erklären und man kann es nachvollziehen. Ich habe mal bei Primer, glaube ich, zig Videos auf YouTube geguckt, das erklären und ja, ich kann es nachvollziehen. So im Rahmen, ne, im Rahmen. Aber ich fand Primer halt an sich trotzdem nicht mehr so geil. Der Film, der hat mir da schon deutlich mehr gegeben. Und ja, wollen wir so eine kleine Empfehlung machen für Leute, die auf Zeitreisefilme stehen, die sollten da schon mal rein. Ja, um zumindest auf eine gewisse Weise neue Ansätze zu finden. Weil was ich ganz cool fand, und das erklärt, da erklärt sich gerade diese, die Menschen, mit denen sie sich unterhalten, über, durch die Zeit hindurch, da ist es so, dass die auch beeinflussen, das Haus beeinflussen können. Da heißt sie, also es, wenn in der Küche, keine Ahnung, Wein fehlt, Alkohol fehlt, dann können die in der Vergangenheit, so habe ich das verstanden, das ist jetzt nichts Gespoilertes oder so, dann können die anderen auf einem anderen Zeitstrang einfach Alkohol in den Schrank tun. Und der Alkohol ist dann auch bei den Geschwistern, weil der wurde dazwischen nie angerührt. Oder die wollen die Tür zerstören, die wollen die Tür zerstören, und dann ist da ein Holzbrett vor, auf dem was eingeritzt ist. Dann reißen sie das Schild ab und dann ist das Holzbrett wieder da. Also die Vergangenheit kann die Gegenwart da auf eine Art beeinflussen, wie ich das noch nicht gesehen habe. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Ja, da haben sie das gut ausgenutzt. Man sieht nie, wie die, also die Leute, die es beeinflussen, die sieht man nie. Man sieht immer nur das Ergebnis. Und das war halt gerade das Spannende, weil man immer nicht weiß, wer ist denn das überhaupt? Warum machen die das? Das ist halt schwierig. Das Schlimme ist, wir könnten noch nicht mehr spoilern, weil ich weiß bis jetzt immer noch nicht, warum genau und wieso die es gemacht haben. Aber ja, ist ein Film über Zeitreise, den man gesehen haben sollte, in Klammern, Fragezeichen. Aber ich habe nur viel stechenderen Filme geguckt noch. The Wasp. Ach so stechend, oh Gott. Mein Gehirn hat gerade nicht geschaltet. Ja, dafür gibt es kurz einen Applaus. Ihr hört ihn nicht, aber ich stelle den euch vor. Stellt ihn euch vor. In The Wasp haben wir eigentlich zwei ehemalige beste Freundinnen von der Schule, die sich da aber schon auseinandergelebt hat, zur Schulzeit. Das wird in dem Film auch mit Rückblicken erklärt. Warum, wieso, weshalb? Denn wir haben einmal Heather und Carla. Und Heather hat eigentlich so die große Lotterie des Lebens mehr oder weniger gewonnen. Sie wohnt im vernünftigen Haus, sie ist finanziell unabhängig. Ich sage mal, ihre Beziehung läuft so semi-gut. Es wird dann auch noch ein bisschen ausgeführt. Carla hingegen bekommt jetzt gerade schon ihr fünftes Kind. Ihr Mann oder Freund ist das. Man könnte ihn wirklich als Loser abstempeln. Hilft ihr auch nicht wirklich. Sie arbeitet nebenbei noch im Supermarkt. Das reicht aber nicht für die ganzen Schulden, die die haben. Sie muss auch noch ihren Körper verkaufen und sich prostituieren. Und dann treffen die beiden sich unerwartet wieder. Und das ist kein großer Spoiler für den Film. Heather schlägt ihr vor. Komm, lass doch mal meinen Mann umbringen. Kannst du mir auch hier helfen? Und ist auch sehr hartnäckig. Und dann entspinnt sich da so ein psychologischer Horror, sehr kammerspielartig, in einem Haus von Heather, der halt in 96 Minuten auf jeden Fall eine gute Länge hat, supergeil durchdacht ist und mit Naomi Harris und Natalie Dormer zwei richtig starke Schauspielerinnen hat, die es aber sowas von geil machen. Und da muss ich auch empfehlen, wer kann und es irgendwie hinkriegt, sollte dem im OV gucken, weil Natalie Dormer da, ich weiß nicht, ob die wirklich so redet, ich glaube nicht, so einen richtigen Arbeiter englischen Akzent hat, ich glaube so einen Manchester-Akzent, das ist richtig cool. Das passt halt zu ihrer Rolle und zu der sozialen Schicht, wo sie irgendwie so ist. Und die machen das richtig gut. Also das war richtig geil. Also schauspielerisch endlich mal nichts, wo es spratzt und sprotzt, wo ich natürlich sonst auch immer relativ geil drauf bin und sage, ey, haut mir das ins Gesicht, das letzte Blut und Gedärm. Ist da alles jetzt nicht so hart? Da geht es eher so psychologisch darum, warum ändern die sich? Warum haben die die Beziehung so zueinander? Wie ist der nächste Schritt geplant? Und da ist so sehr, sehr viel Mitdenken ist da dann leicht erfordert. Obwohl, das ist jetzt nicht viel Superschlau, also da hebe ich mich jetzt höher, als ich bin. Es macht halt richtig Spaß. Und es ist halt nicht so mit dem Heuschlagkammer, dass da einer reinhaut. Das ist so, weil die titelgebende Wespe ist erstmal sehr verwirrend. Aber es wird doch eine Wespenart erklärt. Die legt wohl Eier irgendwo rein und in ihre Opfer und da schlüpfen dann die Kinder raus und das wird irgendwie auch in diese ganze Story aber nur unterschwellig so mit eingewoben, damit das alles auch ein bisschen Sinn macht. Und das ist auch von der Regie richtig gut gemacht. Und also für Freunde von so vielschichtigen Züllern definitiv anschauen, ob das jetzt ein Fantasy-Filmfest-Film ist, da muss nicht. Ganz ehrlich, also den hätte ich da jetzt nicht so erwartet, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe. Aber ist ein schöner Film. Ist wirklich ein schöner Film. Den habe ich leider auch nicht geschafft. Aber hey. Was haben wir denn noch auf der Liste? Wir haben eine ganze Wand voll. Wir haben noch einen richtig guten Hongkong-Actionart. Twilight of the Warrior Walled In. Und ich habe gehört, der hat jetzt auch einen anderen Namen gekriegt, den ich jetzt hier aber gerade irgendwie nicht finde. Weil irgendwie soll der jetzt einen anderen Namen gekriegt haben. Einen ganz beschissenen. City of Darkness vielleicht? Ja, City of Darkness. Boah, Leute, echt jetzt? Soll der in Deutschland so heißen? Ich glaube, in Deutschland war es nicht. Hier soll ja als City of Darkness rauskommen. Ja, selbst schuld. Ja. Twilight of the Warrior Walled In. Ja, Walled City, wenn man es nicht weiß. City of Darkness. Passt vielleicht auch. Aber bevor wir da weiter spekulieren, worin geht es denn in dem deutschen City of Darkness, wie er hier heißt? Der gute Mann heißt Chan Lok Kwon. Diese Namen immer. Ist das Cyclone? Egal, diese ganzen Namen machen mich ganz wirr. Auf jeden Fall geht es um unseren Hauptcharakter, der aus Gründen zufällig in die Stadt in die Stadt Kowloon oder Kowloon. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Kommt und die gab es so wirklich. Das ist einfach ein riesiger, als würde man, als würde man schrottige Gerüste und mit bisschen Beton Meter hoch stapeln. Viele, viele, viele Meter hoch. Das ist eine ganz berüchtigte Stadt gewesen, wo sich dann, ja, die so auch so ein bisschen ihre eigenen Gesetze hat. Die gibt es auch in einem Doku auf YouTube. Ja, auf jeden Fall wird die thematisiert, ist die Thema in Twilight of the Warriors. Und da drin herrschen natürlich eigene Gesetze. So, und unser Hauptdarsteller kommt dorthin mit einem Sack voll Drogen, die er geklaut hat. Natürlich von einem Mafia-Boss. Das Einzige, was dann noch Thema ist, ist einmal, wie er sich dort zurechtfindet und dass der Mafia-Boss dieses Geld zurück, äh, die Drogen zurückhaben möchte. Und zwar Mr. Big. Der möchte, der möchte seine Drogen zurückhaben. Und dann wird im Endeffekt zwischendurch lernt man die Charaktere ein bisschen kennen. Und ansonsten wird die ganze Zeit gekämpft. Von vorne bis hinten. Nach oben, von oben nach unten, von links nach rechts. Jede Richtung. Es ist wieder, es ist Hongkong-Kino, wie die, die zumindest Fan sind, das seit den 90ern so eigentlich nicht mehr bekommen haben. Ähm, das sind die typischen Elemente, diese Wuxia oder Wuxia, wie spricht man es aus, weißt du das? Wuxia. Wuxia. Ich denke auch, Elemente, dass die natürlich mit Wirework gearbeitet und ein bisschen CGI nachgeholfen, aber du hast halt diese richtig geilen Kämpfe, wie man sie zum Beispiel bei Tiger and Dragon zu sehen bekommt. So, das ist vielleicht, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Das ist ein bekannterer Film mit diesen Elementen. Also für mich ist das, glaube ich, von allen Filmen, die ich gesehen habe, meine Highlight. Bin ich bei dir? Also von den Kampffilmen, das ist definitiv auch mein Highlight. Ich musste auch ganz oft immer so an Kung Fu Hustle denken, weil die ja auch die bisschen übermenschliche Fähigkeiten so leicht auch haben. Und, ey, aber es macht richtig Spaß. Es ist so ein Gangster-Setting die ganze Zeit. Man sieht Sammo Hung wieder, den ich auch nur aus alten Jackie Chan-Filmen von Früherheit kenne und den immer richtig gut fand und lustig. Spielt jetzt halt einen Antagonisten, obwohl Antagonist, ja, also das verwischt auch alles da so ein bisschen. Und die Choreos sind auch wieder Outstanding, ne, so was die da alles machen. Ich will gar nicht wissen, wie viele sich da verletzt haben bei welchen Sachen. Es ist eine richtig schöne Klopperplatte. Geht sich ordentlich auf die Fresse im Setting, was man nicht so oft sieht, diese Kaolong oder Koulong World City siehst du halt jetzt auch nicht so oft in Filmen mehr. Früher war es ja immer ein bisschen öfter. Ich glaube auch bei Bloodsport sind sie auch so in dieser Zwischengasse da. Aber das hast du, die Stadt gibt es ja auch nicht mehr. Das Jahr bis wird ja auch nur erwähnt am Ende des Films. Aber es ist halt richtig schön. Es ist wirklich episch. Also es hat so Epicness. Und ja, es ist halt, man hört in Zusammenarbeit auch mal so Heroic Bloodshed. Das geht halt genau in die Richtung. Das ist Heroic Bloodshed, so der Neuzeit. und ich will davon mehr. Und da ist auch eigentlich meine, na nicht ganz, nicht fast letzte Frage. Warum, Till, brauchen wir mehr epische Hongkong-Actioner? Weil sie einem das bieten, was Hollywood einem nicht bietet. Es ist einfach, du hast einerseits, hast du diese wirklich down to earth, also nein, Quatsch, John Wick und The Raid sind nicht down to earth, aber die in unserer Realität, auch das ist John Wick nicht, du hast einfach eine Welt in diesen Hongkong-Actionern mit dieser Art von Martial Art, die siehst du halt sonst nicht. Es sind übertriebene Kämpfe, alles ist tödlich, so schnappt dir, keine Ahnung, schnappt dir einen Zahnstocher, schnappt dir einen Regenschirm, schnappt dir, keine Ahnung, ein Stück Lego, ein Legostein, alles wird, dann wird es mit Energie durchdrängt und auch das, das bleibt hier auch im Ungewissen oder unbesprochen und unerklärt, manche haben halt einfach Spirit Energy, die haben die einfach und dann sind sie halt fast unsterblich und diese ganze Mischung macht einfach eine ganz, ganz, ganz eigene Art von Action Kino und dazu noch die typische, das typische Schauspiel, was man aus Hongkong kennt, plus unfassbar geile Choreografien, macht einfach richtig, richtig, richtig viel Spaß, finde ich, also natürlich ist das nicht für jeden was, wenn man sieht, die können irgendwie mit drei Schritten fünf Meter hoch springen, wie geht das, das geht, denk nicht darüber nach, nimm es so hin und wenn nicht, dann brauchst du sowas nicht gucken und das ist halt eine Art von Kämpfen und von Choreografien, die man halt auch selten sieht und alleine deswegen brauchen wir mehr davon, also na klar kriegen wir viel John Wick und ich freue mich über John Wick und der Trailer zu Ballerina sieht auch toll aus und The Raid sowieso, haben wir ja schon gesagt, absolute Spitze, aber hier hast du halt völlig übertriebene Action und Martial Arts, die aber in ihrer Welt komplett funktioniert, ich hinterfrage da gar nichts. Ich hinterfrage sowieso nichts, du kennst mich, warum sollte ich was hinterfragen? Das sowieso, ja. Achso und, bevor du jetzt die Frage selber noch beantwortest, was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass der Regisseur ja der Regisseur von Limbo ist, entgegengesetzt da könnte es gar nicht sein, weil Limbo ist ein absolutes Brett, aber Twilight of the Warriors ist ebenso ein absolutes Brett, das heißt, da sollte man auch noch gucken, was der gute Mann, ich hab nicht viel von dem gesehen, was der gute Mann weiterhin noch so fabriziert. Ich hab mir sagen lassen, die einzigen Sachen, die wohl nicht so geil sind, sind hier seine Monkey King Sachen. Ja. Da hat er auch ein paar, drei sehe ich hier so gerade, die sollen wohl nicht so gut sein, aber alles andere soll schon auch ordentliches Ding sein. Hund beißt Hund. Ja, ja, genau, gerade an den hab ich auch gedacht, den hab ich noch nicht gesehen, aber der soll auch richtig gut sein, ja. Ja, der kann was, der kann was, der Mann. Soi Chiang wird wohl behalten. Wenn nicht, soll er sich bei mir bitte privat melden, dann klären wir das. So, ja, warum mehr Hongkong Actioner, du hast eigentlich alles dazu gesagt, ganz einfach, wer nicht, Fresse halten, einfach gucken, ist gut. So, Punkt. Das sind also die Filme, die wir uns jetzt mal ausgerufen haben, die wir euch zeigen wollen. Es gab noch ein paar andere Filme, die auch gut oder nicht gut waren, die wir natürlich auch nicht gesehen haben manchmal, aber es ist immer wertvoll, so einem Fantasy-Filmfest vorbeizugehen, um es zusammenzufassen, wie fandst du die Auswahl der Filme dieses Jahr vom Fantasy-Filmfest? Sehr gut. Also ich bin fast, ich bin fast froh, nicht da gewesen zu sein, weil ich hätte ja, ich hätte ja 24-7 im Kino sitzen müssen, weil ich, ich hab extrem viele Filme mir quasi auf meine imaginäre Liste gesetzt und als wir darüber gesprochen haben oder wir intern auf dem Redaktionsserver geschrieben haben, welche Filme interessant sind, da musste ich wirklich auch erstmal aussortieren, weil ich kann ja nicht sagen, ja, das sind 33 Filme, ich hätte aber gerne 31, würde ich mir jetzt aber gerne angucken. Fände ich auch 30, wenn das keiner machen würde, würde mir nie in den Kopf kommen. Aber auf gar keinen Fall. Naja, auf jeden Fall, ja, fand ich das dieses Jahr richtig, richtig gut. Die Filme, die wir besprochen haben, waren alleine schon ziemlich abwechslungsreich. Es waren einfach noch viele, viele andere dabei, wo ich wirklich sage, die will ich auch gucken. Weil ich gucke ja immer, sobald es losgeht, gucke ich, was gerade aktualisiert wurde, welche Filme sind dazu gekommen und das waren viele, wo ich gesagt habe, okay, möchte ich gucken, möchte ich gucken, hört sich gut an, möchte ich gucken. Das war letztes Jahr nicht ganz so krass. Und das, was wir natürlich nicht erwähnt haben, es gibt auch immer so einen Kurz, also Kurzfilme, so Shorts, da bin ich auch gespannt, da habe ich noch gar keinen von gesehen, ich weiß auch nicht, was für welche liefen, ich habe nur gehört, da waren wohl zwei, drei, die so auch richtig stark gewesen sein sollen. Da hoffe ich ja, dass die irgendwann mal auf YouTube da überwiegend die Leute rausballern, dass man die auch mal wie gucken kann. Also die Regisseure müssen das ja wie selber machen, oder die Firmen. Aber ansonsten für mich die Filmauswahl, wie gesagt, ich habe da jetzt zwei Filme, die jetzt auf jeden Fall in meiner Top 3 von 2024 sind. Von denen, glaube ich, jetzt sind es doch vielleicht sieben Filme, oder nee, müssen doch ein paar mehr gewesen sein, die ich jetzt gesehen habe. Aber es ist schon eine gute Auswahl, sehr ausgewogen. Bei allem, der eben jetzt bei The Boss verstehe ich nicht, warum er da läuft, bin ich immer noch ganz ehrlich, passt da irgendwie nicht hin. ist nicht so ganz so Genre, wie ich mir bei sowas eigentlich erwarte. Aber trotzdem, einfach starke Filme, sie haben verstanden, auch wirklich spaßig mit reinzunehmen, nicht nur ernste. Und es sind, glaube ich, auch so von diesen, dass man, haben sie auch öfter mal, dass sie nur Grundthemen nehmen und dazu die Filme suchen, sind sie, glaube ich, auch weit weg gegangen, weil das ist so ein breites Feld. Da ist auf jeden Fall wirklich jeden was dabei. Ich glaube, an jedem Tag hat mindestens jeder einen Film gefunden, wo er sagt, boah, der ist geil. Das haben sie, glaube ich, hingekriegt. Dann bin ich auf nächstes Jahr, sehr gespannt. Da bleibt die große Abschlussfrage für uns beide, für unsere Zuhörer. Warum sollte man eigentlich auf sowas wie so ein Filmfest oder ja, so eine Filmconvention, nennen wir mal, wie man es will, warum sollte man da eigentlich hingehen? Was ist daran denn so geil? Weil es ein bisschen out of the box ist und man nicht, ich zum Beispiel hier in meinem Kino, also abgesehen von Anime, da zeigen die relativ viel, was anläuft, aber ich kann hier bei mir keine Substance gucken, ich kann bei mir, was wollte ich denn jetzt noch schauen, habe ich leider vergessen. Auf jeden Fall, abgesehen von Speak No Evil, der natürlich relativ groß startet, alleine wegen des Casts auch, kriege ich solche kleinen Filme einfach nicht. Und das ist sehr schade, weil so eine Substance, den ich nicht geschafft habe zu gucken, ja, da hoffe ich jetzt, klar, ich hoffe auf ein schickes Mediabook, das hätte ich mir wahrscheinlich geholt, auch wenn ich den Film im Kino gesehen hätte, aber man verpasst einfach eine schöne Film- und Kinoerfahrung, weil man es auch ganz oft hat, es gibt Szenenapplaus, du weißt, du bist da wirklich auch mit, selbst wenn du nicht so ein Genre-Fan bist, aber du erlebst einfach eine andere Art von Kino, weil die Menschen, die da drin sitzen, die haben Bock, Neues zu entdecken, schräge Sachen zu entdecken, weil sie genau wissen, okay, nicht ein Film hiervon oder fast, fast keiner ist diese typische Standardkost, die man im Kino sieht und die gibt es und es ist gut, dass es die gibt, Kinos müssen am Leben erhalten werden, aber das ist einfach eine ganz andere Art von Kino und von Kino-Atmosphäre. Eindeutig, also ich finde auch gerade die Atmosphäre und Stimmung da drin, die ist einmalig bei so einen Veranstaltungen, weil du hast Leute, die haben Bock auf einen Film, ne, eigentlich ist denen auch nicht immer, aber größtenteils auch egal, ob das jetzt der größte Trash oder Crap erstmal ist, die wollen eine gute Zeit haben, alle zusammen und das hast du ja beim normalen Kinogang, gibt es ja diese Ausläufer, dass Leute da rumlabern oder rumnerven und das hast du bei solchen Festival-Dingern hast du es gar nicht. Die Leute kommen da hin, weil sie Filme cool finden, weil sie Kino gut finden, gucken sich das an, haben da eine gute Zeit, es wird auch gelacht, es wird geklatscht, wie so eine Standing Ovations teilweise, da kommt es auch öfter mal vor, dass man da mal schon Regisseur trifft oder irgendwelche Darsteller oder Darstellerinnen, die dann auch mal da zu Gast sind, Interviews geben, mit denen man auch mal ganz privat so ins Gespräch gehen kann, die auch öfter da mehr Zeit haben als bei anderen Sachen, wo man die mal vielleicht mal sehen könnte, wo es dann nur Interviews oder ein Autogramme gibt, ist halt ein schönes Ding für die ganze Community und sollte es deutlich mehr geben und deutlich mehr auch in unserer Nähe. Das ist das einzige Problem. Ja, definitiv. Aber ansonsten ist meine Empfehlung für jeden, der irgendwo so aus in der Nähe hat, auch eins von den Größeren halt gerade, da auf jeden Fall mal sich das zu geben, wenn er Zeit dazu findet. Es macht auf jeden Fall immer viel Spaß und man lernt halt wirklich auch ein paar andere Sachen kennen. Wie gesagt, ist ja auch durchwachsen, das ganze Programm. Also sehr vielfältig. Ich gucke gerade, ja, so richtigen Liebesfilmen sehe ich jetzt nicht. Ach doch, hier, The Humanist Vampire Seeking Constanting Social Person. Ja. Ist ein bisschen Liebesfilm. Ja, das stimmt. Also, alles mit dabei. Alles mit dabei. Ja, das war es zum Fantasy Filmfest vorerst. Bis zum nächsten Jahr, würde ich sagen. Dann hauen wir uns mal wieder richtig rein in den ganzen Jean-Geklatter-Kadatsch. Oder es kommen ja noch ein paar Filmfeste. Vielleicht kann ich noch mal durchsetzen, dass wir noch mal eins besprechen, wo ich auf jeden Fall noch da bin. Oder hinfahren werde. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Bevor wir uns verabschieden, will ich natürlich noch einen großen Werbeblock einschieben. Erstmal natürlich, ihr könnt, überall wo es Likes gibt, könnt ihr dem Tele-Stammtisch folgen, meinetwegen auch entfolgen, dann aber bitte wieder folgen und liken und natürlich auch kommentieren und natürlich tele-stammtisch.de mal besuchen, unsere Website. Da gibt es immer coole Gewinnspiele, noch coolere Podcasts, natürlich auf jeden möglichen Podcatcher auch, ne, Tele-Stammtisch, ihr wisst, abonnieren, kommentieren, ihr kennt den ganz Schüssel. Einfach machen, Spaß haben und dann habt ihr auch so tolle Empfehlungen, wie wir euch heute gegeben haben. Ich glaube, wir haben insgesamt, schätze ich mal, wir haben jetzt elf Filme, die zwölf Filme besprochen, haben nochmal genauso viele, bis doppelt so viele Empfehlungen gegeben, also ihr habt gut 30 Filme, ihr kommt über den Oktober. Dann die wichtigste Werbung, wir haben es vorhin angesprochen, Movie Candybells beim Tele-Stammtisch. Hört da rein, Leute, da gibt es viel guten, guten Scheiß, den müsst ihr euch anhören. Dann sage ich schon mal auf Wiedersehen, es war mir eine innerliche Befriedigung, mit Till aufzunehmen und für euch Filmfest vorzustellen. Auf Wiedersehen. Till, du darfst nochmal was sagen. Ich will aber nichts sagen. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.